hallo und herzlich willkommen hier bei dem übel mittendrin mit uns so sieht es aus uns beide luchern und weißt du was ich mich gefragt habe ob dir das spiel wohl das übel mittendrin genannt haben weil es dich so kopftechnisch abfuckt oder weil du die cd in der ps4 hast das übel mittendrin ist das spiel das ist eine wirklich sehr gute frage die alte ist ja weg das hatten wir ja genau wir haben hier schon alles gemacht was wir machen konnten und geht eigentlich weiter heißt das nicht genau wo wir waren ich glaube wir waren immer noch auf dem weg zu dem wurst zu der wurstelbank genau das lied ist immer noch wunderschön das hat man geklärt ach ja ich erinnere mich genau mit der stuhlprobe da kamen wir nicht lang nee da war zu ich glaube ja da müssen wir wahrscheinlich gegen ballern oder so jetzt mal rankriechen und gucken ob du es anzünden kannst natürlich nicht du bist eklig schießt man gegen okay schießt man nicht gegen das sagte sich mal ob du doch da lang kannst genau da noch was war so ne das sieht hier ziemlich zu aus ja so dann gehen wir wieder ein stück zurück genau da lang wieder von mir zu den an der jetzt nicht mehr das juckt ihn nicht es ist uns die waffe nein es muss so oder so die wacht wechseln genau deine mama ist hässlich so wie der aussieht seine moderne seine moderne sieht aus wie ein eichhörnchen das war ein lastwagen überfahren wurde zweimal und seine mutter war davor schon hässlich hat der was hinterlassen aber da drinnen liegt moni nur einen roten fleck ja dann ist er auf dem boden geregelt ja die ab in die gülle mit dir da stehe ich du kannst auf jeden fall aufwärts ist liegen glaube ich ja du musst du nicht so dicht an der kacke stehen äh wo kommt das eigentlich her ja keine ahnung das ist vielleicht wie eiter das wächst von selbst ja beste bahn rette uns nice tentakelmonster save the day ja boah können wir jetzt gegen tentakelmonster das wäre voll geil ich mag tentakelmonster jemand zu hause äh äh die die würde auf die die schulter geregelt er hat das ist anzünden nehm ich habe ein checkpoint das ist nicht gut okomoni das ist gut wo es sind die geburt sind ein Fettgeburt ziehen da wird auch ein bisschen der Ektoplasma ich glaube ich mache das nicht aus was ist ein bisschen sexy beleuchtung hier ja was ist da vorne eine statue die im wasser steht da ist das einfach wenn du wieder so ein pümpel da rausguckt links ist nur so ein pümpel alles gut aha siehst du der pümpel ist eine falle halt ja guck mal hier das sind mehrere mehrere dritte sogar unter wasser oder war es eventuell nur eine spiegelung ich habe gerade überlegt dass ich denke es war nur eine spiegelung wenn man hier nicht zu guck mal hier sexy mann alles klar da kommen wir von der anderen seite ran wir holen uns wir holen dich und gehen wir hier aber trotzdem nicht zu schnell lang jetzt musst du gucken von welcher seite das ist eine sehr sehr gute frage wer weniger rumsteht wir machen jung ach ich dachte fällt ihnen die Eier anzünden und jetzt kannst du rüber gehen aber pass auf da war ne falle und hier ist ne da ist nix das kannst du anzünden ja hier burn baby burn so jetzt musst du gleich um die Ecke sneaken weil hier der falle ist sneaky 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 willst du es versuchen also ich meine du musst nicht wenn du nicht ach doch wir müssen sonst kriegen wir die madonna nehmen skill knappe sagen wir mal skill und schön zweifal da jetzt kannst du auf uns zu sneaken vielleicht kann man äh eventuell die kisten kaputt machen aber er sagt nein nein so wie es ein album von ne oder ein lied hieß so verlinkt ja daran das wollte ich auch gerade sagen sehr nämlich an ein song von link so gehen wir gerade genau gegenüber was da drin ist ja nichts gutes jedenfalls eine fahrer und ectoplasma ich habe gestern noch mal gestern mal wieder ein bisschen in das album von linken park video rein gehört so sehr sehr geiles album das ist auf jeden Fall wahr so ja man 31 fallenteile wer ist hier der king ne weißt du jetzt haben wir eine dicke Fresse nachher ja man mhm sehr schön dass wir das nicht passiert Entschuldigung vor allem wird ja auch noch angezeigt drücke x durch gehörter ich glaube der klebt da fest mit seiner Arschfresse jetzt er kann kommen wir an zu ganz nein will sie nicht nicht weil er die auf den kleinen knackers junge shit so wenn das hat sie zum Glück gerade überhaupt nicht in Panik erschrocken da liegt immer noch irgendwo Muni ja ne die haben schon aufgesammelt sicher gehen wir aufs rifle äh so dann können wir das auf jeden Fall mal laden rifle klick 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 ok geil ist ja du kannst jetzt wieder die Waffe wechseln ja ich geh wieder auf die gute alte Pump da haben wir aber auch nur noch vier Shots ja wie in so ne Bar das heißt jetzt heißt es entspannt bleiben ja mal gucken ob du das schaffst okay hier kommt so ein statisches Geräusch ach da dann geh mal ran die haben nicht gelogen als die Highwaltes sagen Sackten Sackten ist das Sackten übrigens mit Doppel K geschrieben das ist Sackten der Freund von Skrotum oder was das ist weißt du so wie Ben Tennis oder Sackten hm komm mal da rum kann man lang nein ehrlich interessant wie kommen wir da hoch geh doch erstmal weiter Junge wie willst du denn wissen wie du da hochkommst wenn du nicht weiter gehst was ich sag ich so recht ja ich hätte ja sagen können dass wir deswegen oder da mal drüber kommen guck mal hier ist ein Kasten mach mal jetzt mal aus hier Verteilerkastensicherung eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden nice ach das schreit nach Rätsel das schreit nach Kampf bei dem wird schon Prozent anzünden müssen Fallteile Kudekto Plasma so komm ich als Rad drehen drehen mal richtig am Rad ich drehe was Junge das Watt schon von alleine das war die Spülung das war die Spülung voll wie gleichmäßig das runter geht ja Physik kommt auch das hätten sie auch ganz ablassen können ja sprich ich ruhig aus seinem Zock wenn hier schon wieder die Bärenfalle wäre dass er mega ekelhaft die Kürtel pulsierende Pickels an der Wand da okay ganz vorsichtig ist Ektoplasma rausnehmen bevor ihr da der Eiter entgegen spritzt äh das ist ein Megawolf hier in dem Jungen ich war doch gerade die ganze Zeit das irgendwo Tentacle Dude ankommt ja ja okay irgendwer ja 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 guck dir mal da vorne liegt auf jeden Fall eine äh das ist durch Rang schlichte das die vielleicht anzünden dann oh danke Tentacle Dude jo das netter Typ Tentacle dein Freund und Helfer ich bin auf jeden Fall schon mal positiv gestimmt habe davon abgesehen dass ich Tentacle Typen eh mag ja macht er seine arbeit zu gut oh war geil pump money nice drei Shots laden nach er ist irgendwie weißt du wie wie Sanchez vielleicht ist er ein Kumpel von Sanchez oder Esteban ja ich glaube er ist cooler als die beiden viel cooler ich meine vorne haben die Ratten nicht zwar gesagt dass sein Gegner kam aber hey hast du eigentlich mal den Trailer gesehen von Entschuldigung das Themawechsel äh äh von dem Film von Ben Affleck mit Ben Affleck äh live by night oder äh live by night glaube ich wäre es äh äh weiß ich nicht mach mal über die Kisten kaputt bevor du runter gehst die kam kaputt ach ja ne ne okay also gut die sind zu stabil äh ich glaube den Trailer ich weiß nicht gar nicht äh wo er äh der Mafia Typ mit dem anderen so schnackte und er sagt hey 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 pass auf was du machst sonst sonst hole ich hier den den weißt du den Oberrichter Babo und meinen Rechtsanwalt Babo und die machen dich fertig und dann guck den an du drohst mir also mit Männern die mächtiger sind als du warum rede ich eigentlich mit dir ha zu schön was ich auch gesagt geiler Typ jetzt geht durch die Puppert hat sich geöffnet bevor die wieder zu geht ii ii hallo Ladies mhm wie im Club guck mal hier fu fu ja nicht reinlaufen ach du scheiße äh nehm dir ach man kannst nicht mal umfallen ok danke so geh mal kurz hinter die Schockdinger gucken äh hinter die ja ok da kommst du nicht lang alles gut ne da komm ich nicht so die Frage ist wie machen wir es hier ok da komm gleich runter guck mal ok genau kannst du den anzünden nein nein das funktioniert nicht du hast doch scheiße alter der hat Beinmuskeln sag ich dir schieb dich ja wir haben genügend Streicher der kann es erst mal geben so die zwei Typen sind hier auf jeden Fall noch lad mal die Pump dann interessiert ihn nicht ne der hatte Magen den die scheiße sind sie schießt auf die Füße sonst ich weiß nicht ob das mit der Pump funktioniert ah kannst vergessen oh da kommt schon der nächste hab du aus dem Hintergrund getroffen ja aber nicht so geil wie meinen Skill Headshot äh Waffe wechseln du hast kein Moni mehr ja genau hingehen und anzünden ja jetzt liegt ja auch schon wieder schöne Moni ja für die Revolver Money genau den Gold kannst du mal nachladen ja du würdest sagen dann gehen wir erstmal auf Kult ein Kult für alle Fälle oh da haben wir 6 wie sagen wir da 6 Kugel bevor schon vier gefunden haben ah alles klar das ist natürlich logisch so da haben wir noch einen Typen Baume geh mal hier hoch bevor wir uns den Typen da vornehmen ok hier ist schon nix zu sein vielleicht ne Baron Faller ok da steckt irgendwas an der Seite ok ne kannst du erstmal zurück das muss abgelassen werden höchstwahrscheinlich ok ja äh einmal nach links gehen das ist zwar rechts das andere links ok ne das fand alles gut genau ok den holen wir jetzt ich wollte grad sagen wenn du den da vielleicht runter schießt haben wir vielleicht mehr Chancen dass der und ist das so ein Fressentyp ja äh kein Woli mehr ja die der Drive ist ja geil ja das haut gut rein guck mal da hinten liegt auf jeden Fall noch was Woli mäßiges rum ich guck halt ob er noch irgendwie was droppt nein er droppt nix er droppt höchstens Beats bei Dre nice das ist ok ok einmal mitnehmen ok ok hin in dem Dürste nur unter und dem Ohr wie sehr geil und e ja gut ähm ich würde sagen wir gehen erstmal ne das ist der Fettkult genau hierauf eh das wird durch Oh Vorsicht der pinkelt jetzt blut ja da kommt schon der gestern abend ist zu viel tequila gehabt du auch juckt ihn nicht munition hat er muss jetzt laden junge die vierten mega ekelhaft weil die kann schlucken wieso vorsichtig ist jemand wieso verfallen die nicht um das fände ich mega essen keine moni mehr okay dann die nicht es wirklich nicht triffst das gibt es doch nicht es bleibt doch mal stehen junge man den hier der topx ist wieder schon was es geht mir auf den sack ich gucke mal hier noch mal zurück ob er ja irgendwas ob das das die andere seite müsste jetzt auch offen sein okay neben dir wenn du ihn nicht siehst dann schießt bitte nicht ja jetzt muss ich die kacke machen ich will die kacke nicht machen das war ich gerade seine hässliche fresse nicht von der wand unterscheiden ja hey rollstuhlgeist mann und ich dachte es ist so cool jetzt kann ich einfach zugegeben das ist am wirkungsvollsten haben wir gesehen hat die warplicks gebracht scheiß tipp der nichts bringt aber wir sind in den hintergedanken so weißt du was wir noch sind schleimig gesundheit auf jeden fall der folgenpause und damit war es für diese folge folgenpause ist das falsche wort aber egal wir sehen uns beim nächsten mal wieder hau doch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020